Diese Geschichte geht über wunderschöne Häfen, nette Einheimische und mürrische Polizisten. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. So, nachdem ich jetzt drei Nächte bei Busana geschlafen habe, also bei Sanremo, bin ich weitergezogen und einfach mal ein Stückchen hinter Sanremo, einfach direkt ans Wasser, da ist so ein kleiner Platz gewesen, da habe ich mich hingestellt und habe einfach mal gesagt, so, heute möchte ich mal ein richtig geniales Frühstück haben. Und ich hatte einen dermaßen genialen Platz, also den kann man dann auch bei Instagram sehen, der ist der Hammer. Ich habe da gestanden, neben mir fingen die großen Steine an und dahinter war das Meer und ich konnte das Meer die ganze Zeit hören und es war echt toll, weil die Sonne endlich geschienen hat. Ich war sehr beeindruckt und sehr glücklich. Habe mir dann selber Fladen gemacht, ich vertrage ja keine Weizenprodukte, das heißt Brot im Ausland bekommen ist immer sehr schwierig, das probiere ich gar nicht eher, das endet nur in Frustration. Also habe ich mir selber Fladen gebacken oder in der Pfanne gemacht, ich habe hier keinen Backofen. Und dann war das echt schön, mich auch ein bisschen, wollte ich eigentlich noch zum Wasser gehen, aber das war ein bisschen schwierig, weil da immer so viele LKWs vorbeigefahren sind und ich dachte, boah, die sind so schnell, nicht, dass die irgendwann mal Masule mitnehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, fahre ich halt ein Stückchen weiter, wollte ich ja eh. Dann bin ich weitergefahren nach Bordiguerra. Das ist ein relativ, ja, kleines Dörfchen, aber mit sehr viel Charme. Also ich habe noch nicht die ganze Küste von Bordiguerra jetzt gesehen, ich habe eigentlich nur den Tourismushafen gesehen, da habe ich mich hingestellt, da war so ein Parkplatz für Camper verboten, aber ich dachte mir so Nebensaison, das ist ja nicht so schlimm, gucken wir einfach mal. Bin dann runtergegangen in den Hafen und es war super schön, die Sonne hat endlich geschienen und es war richtig, richtig schnuckelig. Das Wasser war so klar und so schön, ich habe richtig viele Fotos gemacht und Videos, also die kann man sich dann richtig gut auch noch mal angucken bei YouTube und bei Instagram. Also das war der Hammer, also kann ich jetzt halt einfach nicht beschreiben. So ein kleines, süßes Dörfchen, also ja, Häfchen eher, so ein kleines, süßes Häfchen. Als ich dann runterkam, waren da so ein paar ältere Herren und Frauen irgendwie am Qigong machen oder auf jeden Fall irgendwelche isometrischen Übungen, haben da ihr Ding durchgezogen. Voll süß, alles ein bisschen ruhig und verlassen, aber schon schick, schon schick. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch schon direkt Bekanntschaften geschlossen und zwar mit dem 73-jährigen Giuliano. Das ist ein super cooler Dude. Wir sind zusammen einfach so ein bisschen am Hafen entlang gelaufen und haben ein bisschen geredet oder standen eigentlich eher, haben geredet und es war sehr nett mit ihm. Und er hat mich dann auch eingeladen, wenn ich noch mal vorbeikomme, ich kann ja auch mal zu ihm kommen. Er hat da ein Apartment, das ist wohl sehr schön, mit einem tollen Park. Und da bin ich herzlich eingeladen, habe mir seine Nummer gegeben, ich habe ihm seine Karte gegeben. Das war ein richtig schöner Austausch. Dann bin ich weiter und habe so ein richtig kleines, süßes Eckchen gefunden, wo man richtig gut ins Wasser gehen konnte. Und da hatte ich auch echt Bock gehabt, weil das war nicht irgendwie ein riesen, fetter, großer Strand, überschaubar über 30 Kilometer, sondern das war so ein Strand auf, was weiß ich, vier Quadratmetern, dann Felsen und ja, das war echt schön. Halt auf der anderen Seite von der Hafenmauer, das war super schnuckelig und solche verlassenen, kleinen, abgewinkelten Ecken mag ich ja total. Auf jeden Fall wollte ich dann meine Krams holen und bin dann wieder zurück. Dann habe ich mit Giuliano nochmal gequatscht und er meinte so, ja, du kannst danach auch noch bei mir duschen kommen, ich zeige dir eben, wo ich wohne und so, ja, perfekt. Dann war da noch ein Hafenmeiß und ich habe gesagt, ja, ich stehe da oben mit meinem Camper, ich weiß, das ist eigentlich verboten, darf ich denn da stehen bleiben? Ja, klar, darfst du stehen bleiben. Also alles super. Nämlich oben am Camper, weil ich bin barfuß unterwegs gewesen und wollte mir noch eben Schuhe holen, damit ich halt zu ihm laufen kann, ohne Probleme. Ja, hm, gut. Dann kam die Polizei. Nei, Ende. Also, naja, nicht Ende, aber dann hat sie gesagt, ich kann hier nicht stehen. Dann meinte ich, ja, Hafenmeister hat erlaubt, ich darf hier stehen. Nein, du kannst hier nicht stehen. Dann kam Giuliano. Doch, sie darf hier doch mal bitte kurz stehen. Nein, sie kann hier nicht stehen. Ja, okay. Okay, Polizei ist halt dann irgendwie im Recht gewesen und hat gesagt, ich darf hier nicht stehen. Schade. Also ich habe keine Strafe gekriegt oder so, ich musste halt einfach abhauen. Und dann habe ich Giuliano mitgenommen und wir sind einfach mit einem Camper zu ihm gefahren, was ein bisschen tricky war, weil die Straßen, dadurch, dass es ja ein berggebautes Örtchen ist, sind eng, sind schnuckelig. Wir haben es dann hingekriegt. Auf jeden Fall standen wir dann bei ihm. Es ist halt ein, auf der Via Romana, es ist ein eigentlich altes Hotel, irgendwie Hotel Londra oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sah richtig toll aus, das Gebäude, richtig fancy. Dann war auch im Gebäude, also es ist mit einem Tor auch abgeschlossen und ich bin dann mit Sule einfach mitten auf diesem Platz gefahren und da war so noch so ein Park. Also es war schon ein bisschen pompös, würde ich sagen. Und er hat dann auch da halt unten ein Apartment in Piano Terra gehabt, also da so ein Erdgeschoss und ja, es war schnuckelig. Es war klein, aber hat funktioniert und das ist halt so auch so ein Zweitwohnsitz. Also es sind viele, die halt in diesem riesen alten Verlassenen, also nicht Verlassenen, aber damals Hotel jetzt Zweitwohnsitze haben, die dann von weiter weg kommen und dann im Sommer halt am Meer die Zeit verbringen. Und er hat gesagt, ja, hier kann ich dann auch mal unterkommen, wenn ich möchte und denke mir so, ja, vielleicht mache ich einfach mal eine Tour mit dem Fahrrad die Strecke entlang. Und wenn ich dann überall so ein paar Leute habe, die ich kenne und da unterschlüpfen kann, wäre doch perfekt, wäre doch mega cool. Ja, und dann haben wir uns noch lange unterhalten und es war super schön, super interessant auch. Und er hat halt einfach gar nichts, er ist topfit und er hat gesagt, ja, lass uns eine Bar zusammen aufmachen. Also das ist auch schon, auch so ein Macher, so ein Tagträumer und Macher. Aber ich glaube, der zieht die Sachen auch richtig durch, die er macht. Ja, und dann bin ich aber irgendwann weitergefahren, weil ich wollte ja noch ein bisschen was schaffen, bin ich dann in Ventimiglia gewesen. Da hat es mir aber nicht so gut gefallen vom Strand her. Es war einfach eine riesengroße Strandpromenade. Und ja, das hat mir nicht zugesagt, vor allem mich dann irgendwie an den Strand so, ja, zu flitzen oder ins Wasser zu gehen, während alle anderen Menschen mit ihren Winterjacken da ran langlaufen. Und dann heißt es ja, guck mal, die vorrückten Deutschen wieder, die gehen ins Wasser, wo wir mit Wintermantel und Pullover hier rumrennen. Also es hat mir nicht so ganz getaugt, ich fand es nicht so cool. Normalerweise scherzt mich ja nicht so, was andere denken, aber nein, das wollte ich dann einfach mal nicht. Aber war in der Stadt nochmal, habe meine allererste Pizza gegessen, also ein Pizzastück. War jetzt nicht so berauschend, hätte eine andere erwischen können, die besser gewesen wäre. Aber war vielleicht auch ganz gut, dann bin ich nicht so traurig, weil ich vertrage das wegen dem Weizen ja nicht. Und ich merke es halt total, weil ich jetzt total verschwollene Augen habe und total Bauchgrummel habe. Und das ist halt blöd. Gerade was ich heute vorhabe, brauche ich eigentlich meine Power. Egal. Naja, auf jeden Fall bin ich dann weitergefahren, nachdem ich da nochmal eingekauft habe. Nochmal Käse, 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 Wurst. Weil ich ja wusste, okay, es geht dann über die Grenze. Äh, ja, und dann ging es über die Grenze. Und das erzähle ich euch in der nächsten Folge, weil die schon wieder so lang geworden ist. Weil ich weiß nämlich von euch, dass es eigentlich die perfekte Länge hat im Moment, so von den Folgen. Und deswegen möchte ich das einfach beibehalten. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich immer Feedback gerne senden. Wir haben nämlich Jubiläumsfolge 50, juhu, der Podcast hat Geburtstag. Ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr das an Freunde, Familie, Verwandte, an andere Leute empfehlt. Vielleicht freuen die sich ja auch in dieser jetzigen Zeit einfach ein bisschen was anderes zu hören. Da würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und morgen erzähle ich euch die Grenzstruggle-Geschichte.